Hallo und herzlich Willkommen zu TrialsFusion mit dem Sebastian, dem Jonathan, dem Peter und dem Dalu. Ich klack mal zu Synchro. Gute Idee. Brauchst du doch gar nicht. Doch. Was? Du hast ja meine Audiospur. Ne, ich nehme ja mit OBS auf. Hast ja alles von mir. Ich klatsche einfach für Peter, damit das einfacher ist. Das ist ja halt angenehmer zum Aufnehmen dann für Peter. Oh shit. Erstmal gefailt. Wir spielen zum Anfang direkt die Schwere. Ist das Spiel leiser geworden? Das Spiel ist lauter geworden. Kann ich das Spiel in-game? Ich muss das im Menü. Ja, mach doch eben leiser. Wir stehen hier. Wir haben ja Zeit satt, ne. Ist ja gar kein Problem. Da ist schon einer rübergekommen. War easy. Der war jetzt wirklich nicht schwer. Echt? Also ich komme nicht mal ansatzweise hoch. Ich komme da auch nicht ansatzweise hoch. Echt? Okay. Ich komme nicht mal mit den Vorderreifen da drauf. Ja, ohne Scheiß. Ich auch nicht. Easy. Hast recht, Jay. Der war ziemlich einfach. Wie wäre es, wenn du deine Mutter einfach nur von hinten nimmst? Oh! Oh! Fast. Oh nein! Ach, komm! Ja, Jungs, das wird eine schwierige Geschichte jetzt hier. Okay, ich verstehe das. Ich war schon da oben! Das muss in einem. Oh nein! Das muss in einem, genau so. Oh, nee! Ich habe es aber nicht geschafft. Oh, jetzt ist es geschafft! Ja, da oben gibt es Probleme. Das habe ich geschrien. Ja, noch nicht. Ich war drüber und dann habe ich mich gedreht. Oh, ich bin auch drüber! Ja, ich habe es geschafft! Oh! Alter, was ist das für eine Scheißstelle hier? Den finde ich einfacher als den Ersten. Den finde ich schwerer als den Ersten, um zu haben Längen. Oh nein, die hat so... Oh, fuck it. Ich bleibe halt immer am Ersten hängen. Ohne Scheiß, den habe ich aber auch schon direkt geschafft. Und es ist das hier den Ersten. Okay, 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 okay. Oh! Hast du es geschafft, Peter? Hä? Wo ist denn der nächste... Das ist doch Bullshit! Was denn? Wo ist denn der nächste... Die nächste Glocke, Alter? Aber die siehst du, glaube ich, nicht richtig. Shit! Der schafft es halt direkt! Er leckt mich doch am Arsch! Ich habe doch gesagt, dass der eigentlich... Nein! Nein! Gott von Power! Tschüss, Peter! Jetzt hängt Peter und ich hier schon wieder fest, das gibt es doch nicht. Was ist jetzt los? Was ist denn mit dem Hinterrad? Achso. Er darfst mit dem Hinterrad auf jeden Fall da nicht hängen bleiben. Ja. Oh, 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 nein! Alter, ist die Strecke genial. Ist echt mega nice. Ja, 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 ja! Komm schon! Nein, 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 nein! Komm schon! Ich häng' oben fest! Kann ich nochmal von woanders starten? Nein! Nein! Nein, 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 nein! Fuck! Ist aber schön, wenn man einen Witz versucht zu machen, dann ist das Outfit dadurch. Sepp, wieso bleibst du am Anfang nicht mehr hängen? Oh! Oh! Äh, du musst einen kleinen Links-Rechts-Bunny-Hop machen. Mann denn? Einen kleinen Links-Rechts-Bunny-Hop. Direkt von Anfang an, wenn du startest. Direkt, wenn du losfährst. Oh, guck mal, ein wildes Ratz-Fraatz. Puh! Er steht schon am Spiel! Sei ein Wichser! Komm schon! Nein! Ach, Mann, oh! Oh, Mann! Jay, nimmst du auf? Ich nehm' auf! Ja, ich nehm' natürlich auf! Pidda nimmt auf! Jay hat technische Schwierigkeiten und Sepp sagte, der wär' zu schlecht. Und was passiert, häng' jetzt nehm' mit Sepp um. Ja, ich bin nämlich genauso schlecht wie Pidda, ey! Und Jay, gar nicht schlecht. Konnt' ich ja nicht wissen, dass Pidda genauso ein Nubbel ist wie ich. Konnt' ich auch nicht wissen. Oh, guck mal, da hat er Schiss gekriegt! Ja, du bist ja auch da! Ich wollte jetzt auch eigentlich Pokémon fangen, wir hätten das doch vernünftig klären können. Äh, ich trau' dir nicht. Klären können wie echte Männer, genau. Und noch bist du nicht drin, Jay! Ich häng' gerade hier echt am Ende fest, ein bisschen. Weiß, ich komm noch nicht drüber. Wir schaffen das noch. Ich war schon oben, ich war schon... Ah, es ärgert mich so. Ich schaff' das nicht. Das ist jetzt aber ärgerlich. Och, Mann, Alter, ich bin genauso schlecht wie die anderen beiden. Oh, Mann! Hat der Dalu's wieder vorgeführt, er auf der Stelle. Aber Dalu war stark. Ich wollte euch Zeit für die Aufnahme geben, aber Jay hat hier schon am Hinterbädchen geschnummert. Ich hab Druck gemacht. Ach komm, komm erstmal mit der mittleren weiter. Warte mal, welche, 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 äh... Pit. Immer das gleiche Bike. Pit. Pit. Also da kamen noch so coole... Ja, sorry Zuschauer. ...so coole Sessions, aber ihr werdet ihn leider nicht sehen. Ja, dann fix mal deinen scheiß Rechner! Ja. Ja, ich brauch neun. Ohne Spaß, ey. Du kannst einfach mal ein bisschen zu investieren. Ich glaub, das liegt eher in der Inkompetenz von Herrn Harpels. Ich einfach sag, hm, das geht nicht, muss jemand anders aufnehmen. Komm schon. So, die ist doch mittel, ey. Die kann doch nicht so schwer sein. Sieht wieder schön aus. Du musst doch aus'n Zapp schaffen. Was heißt, fix mal deinen Rechner, das ist ein Softwareproblem. Ja. Ja, wie soll ich den denn dann fixen? Dann fix dein Softwareproblem. Ja, okay, dann brauch ich OBS neu. Witzigen. Da gibt mit Sicherheit ne Lösung vor, die du einfach nur noch nicht gefunden hast. Oh nein! Fuck it. Ich bin letzter! Oh komm, ich war so schlecht gerade! Nein! Hallo, wie der Erster? Nee, jetzt, äh, noch, aber jetzt nicht mehr. Hä, du bist halt der Rayman, oder? Ja, aber, oh, das war das Ziel, lol. Äh, warte, du bist ganz knapp dann gewesen. Und ich bin dann noch nen Crash gehabt. Ja, ich weiß. Aber diesmal, liebe Zuschauer, seht halt alles. Nein, darf ich Peter noch überholen? Oh, das ist doch doof. Ich muss mich hier mal ein bisschen mehr konzentrieren. Ja, weil du bei dem letzten Sprung gecrashed bist. Ja, weil du bei dem letzten Sprung gecrashed bist. Da hatte ich schon Lucky Luck. Lucky Luke hatte ich da! Was sonst? Ach so, die spielen wir zweimal, ne? Ja, mittlere spielen wir zweimal, weil die nicht so lange dauern. Weil man die halt recht gut schafft. Das liegt, glaub ich, an den Texturen auf der Map. Ich glaub, da liegt wirklich an dem Setting hier. Wieso schaff ich denn den ersten Sprung jetzt nicht vernünftig? Oh shit. What the heck? Oh fuck! Ja, ich bin da hingeblieben auch. Oh nein, ich hab mein Kopf angeschlagen! Oh, das war dumm. Tschüss. Oh. Na komm. Kann ich den auch bekommen?! Oh! 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 Oh nein! Einsprung, der war hier aber echt fies mit dem Checkpoint, ey. Bremst dann halt auch noch, du affekind, ey. Geronimo am Ziel! Wie er halt wieder da hinten am Ziel steht, ey. Die Wurst, ey! Die Wurst, ey! Die Wurst, ey! Die Wurst, ey! Die Wurst! Die Wurst! 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 Oh, Peter! Der war ganz schön knapp noch, du Arsch! So ne Scheider ganz knapp hinter selbst. Schade. Alter, wieso ist Dalu denn wieder so gut grade? Wer spielt die ganzen Sache nix anderes an? Wer spielt die ganzen Sache nix anderes an? Peter hat nur drei Unfälle gehabt? Oh, das gibt's doch nicht. Oh, keine 20er-Bomb. Jetzt kommt wieder schwer. Liebe Leute. Das war nicht schlecht. Jetzt kommt wieder schwer. Langsam, aber sicher. Ja. Safety first, sagste. Oh, Land of Phantasia. K95, das ist noch wichtig. Was sind das eigentlich? Sind das Community Maps, die wir grade spielen? Das sind alles Community Maps. Weil die... Deswegen haben die so keinen Flow. Die normalen, die... Ja, nur weil du... Weil du schlecht bist, heißt das doch nicht, dass die Maps keinen Flow haben. Oh, das hat ja aber Flow. Die Maps haben keinen Flow, weil die keinen Flow haben. Was hat denn grade Flow? Na ja, Peter. Ohne Scheiße, das hat der grade wirklich Flow. Ich find das sieht ganz nice aus. Ach du Scheiße. Oh nein, ich bin da nicht hochgekommen. Die ist Peter zu schwer. Bist du mich verarschen? Ja, der Joe... Joe. Jay, weißt du überhaupt, was Flow bedeutet? Ich glaube nicht. Ist das der Vorname? Kennst du doch den Flow? Ja. Flow. Okay, was ist denn tricky? Bunnyhop vorher. Guck mal, geschafft. Zack. Gibt's echt? Aber den zweiten nicht. Ja, aber darum geht es doch. Achso, sagst du, in den ersten. Weil ich seh alle Leute schon am ersten rotieren. Ja, ich versag auch teilweise schon am ersten. Hä? Ich aber jetzt auch grade wieder. Jawoll, da ist der Flow. Und ich bin gecrashed und muss wieder hier anfangen. Der nächste Checkpoint ist nicht hinter dem Stunt. Oh nein! Überarsch. Oh mein Gott, war das awesome! Oh mein Gott, war das auch schafft! Jetzt hat die Strecke nämlich Flow plötzlich. Nein! Hat die nicht! Wer ist denn da? Jetzt seid ihr alle schon drüber gekommen, nur ich nicht? Das ist mega einfach, Sepp. Ja, mega einfach. Deshalb hinkst du doch so lange dran. Ja, weil ich das erst nicht gecheckt hab. Ah! Das sieht doch eigentlich ganz schick aus. Das ist aber wirklich nicht skillig. Ich schaff den zweiten Sprung halt nicht. Verpiss nicht, wer auch immer da ist! Verpiss nicht einfach! Ich bin vor dir, oder? Nein, ich bin als erster. Bei mir bin ich vor dir der Reihe geworden. Ja, Peter. Peter war mein erster Ziel. Bei mir ist schon auch Peter erster. Seh ich aber nicht. Das würde ich jetzt auch sagen, Dalu. Jetzt... Lass mir den Schiedsrichter entscheiden! Ach komm schon! Wieso krieg ich denn die Eck hier nicht? Sepp fahr doch mal einfach zurück! Anstatt halt direkt... Du musst gar Anlauf nehmen! Nein, Bunnyhop reicht! Das musst du gar nicht! Das ist sicher! Mit Anlauf ist das super easy! Hat der den halben Meter, oder was? Ja! Ja! QMIG95 hat das gemacht! Dalu ist... Hä? Guckt euch die Zeit! Oh ja, sicherlich! Das ist der Leg gewinnen! Oh Leute, ich bin mit Peter gleich! Das ist aber echt so ein Leg! Oh Scheiß! Du bist mit mir gleich! Leute, wir haben gleich viele Punkte? Ich hab gleich viele Punkte! What the fuck! Achso, ich dachte das wäre jetzt schon! Dann kann ich ja doch noch gewinnen! Jetzt kommt noch eine mittlere Strecke! Ich will jetzt der beste Pete-Smeet sein! Dalu ist außerhalb der ganzen Competition, Jungen! Wir haben mittlerweile übrigens herausgefunden, dass... Es gibt eine neue Worms-Statistik, Dalu! Seitdem quasi wir viel mit dir aufnehmen! Und da bist du Erster! Hä? Ich hab doch kaum gewonnen bei Worms! Also... Ne, du bist aber... Von den 10 Spielen hast du viel gewonnen! Du hast im Durchschnitt die... Du hast im Durchschnitt die beste Platzierung! Ja! Ich wollte grad fragen... Easy, ne Dalu? Ne, bei Worms hab ich nie das Gefühl, irgendwann mal gut gewesen zu sein! Äh, Statistik sagt aber was anderes! Super! Das spricht richtig für uns! Was ist das denn jetzt hier für ein Bullshit? Wer... Wer zieht denn da so richtig ab? Ich zieh grad richtig ab! Sepp! Den ersten Reset gerade! Oh nein! Oh, da wollte mich jemand überholen! Wer war das denn? Gibt's aber nicht! Bin ich da gerade vor Jay? Ich bin letzter! Ziel! Easy! Erster! Jawohl! Aber Dalu hat keinen Fehler, ey! Geht doch nicht! Das ist kein Fehler, Dalu! Ja! Hättest du dich noch ein bisschen warten können? Ich muss doch vor Jay kommen! Schaffst du noch! Schaffst du noch! Ja, ich werd auch wahrscheinlich gar kein Ziel kommen! Schaffst du noch! Das ist ne gute Sache! Schaffst du auch noch Jay! Das ist nur dieser doofe Schwung, der dich bremst! Nein! Das ist schonmal noch besser jetzt! Wie krass ist das denn? Und jetzt hättest du durchfallen können! Aber ich seh gar nichts mehr! Ist alles schwarz! Ich seh auch nichts mehr! Es wird alles schwarz! Das ist unlucky! Das reicht nicht! Schade, da ist das Ziel! Oh, da bin ich jetzt glaube ich noch hinter Sepp! Das kann sogar sein! Das kann sogar sein! Oh! Einguck doch! Einguck! Ja! Tja! Die gibt's ja nochmal! Tja! Hat sie schon wieder mit seinem... Mit seiner Sache abgefunden! Kann ich gerade schon sein so! Oh Gott! Da muss ich jetzt mich ja anstrengen! Ich will ja nicht letzter werden! Das ist ja schade! Oh nein! Was war das denn? Oh dumm! Ich würde, dass ich in dieser extremen Strecke immerhin fast genauso weit war! Oh fuck! Oh! Jetzt hab ich ganz viele Fehler gemacht! Gerade direkt als erster durchgewasht! Und jetzt kommen hier einfach die Fehler am laufenden Band! Oh nein! Jetzt kann ja durchfahren! Aber ohne Scheiß! Wenn du einmal raus bist, bist du raus! Wenn du einmal raus bist, bist du raus! Oh du Spass! Oh du Spass! Ich häng am Anfang fest! Das kann doch nicht sein! Das ist gut, Sepp! Wolltest du ja da einen holen, ne? Fuck it! Jay hat auf jeden Fall... Geilere Platzierung und weniger Fehler! So verschenkt hier die schöne Runde, ey! Wer ist das hier? Wer ist das hier? Wer ist das hier? Wer ist das? Nein! Da bleibt der Herbstes auf! Ja, das ist... Lada, du hättest das geschafft! Ich bin hängen geblieben mit dem Motorrad! Ja, ich hab vergessen, dass ihr das ausgestellt habt! Oh nein! Oh guck mal, da hab ich mal ne maximale Punktzahl bekommen bei dem einen Teil! Geil! Ich schaff doch nicht! Weißt du, gerade mit einem Fehler easy durch! Anfänger Glück! Jetzt... Fuck kacke ich das hart, ey! Huiiii! Fuck it, ey! So! Ah, selber versaut! Dritter, dritter ist scheiße! Dammit! Fehler war geil! Ich wusste es! Ich wusste, zurecht der Fehler aufgenommen hat! Da, da, da! Oh, Error! Oh, Error! Error! Alles klar! Alles klar! Rage Twitch! Haut rein! Ciao! Ich sage vielmals fürs Zuschauen! Bis zum nächsten Mal! Tschüss!